Hey ho, willkommen zurück zu SaintsRosesTurt Ah, hallo! Mann, du bist ja schon wieder da drüben Immer! Du kleine Nutte So Ja, genau! Wie sieht das Handy raus? Ja, wie komm ich jetzt dahin? Ja, du bist ein Held Ja, warte, ich beeil mich Ich backe im Boden! Meine Beine backen im Boden Ja, ich komme! Ich rette dich! Ja 12, 11, 10, schaffst du nicht mehr Ich komme! Ich glaube, wir überspringen erst kurz, bis ich oben bin Ich bin bester 2, 1 Überspringen Ciao Toll, du bist tot Mann, ey, das ist nie wahr, dass du immer sterben musst Diesen behinderter Spaß, die war Ey, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich gestorben bin Das hat er sich jetzt verdient So Das erste Mal, ja Du, kleine Fotze, du Ja, ja, dafür gibt's jetzt auch's Maul So, wo bist du denn? Komm ich mal ab jetzt Ja, ja, bin unterwegs Ne, ich fahr schon Arschloch Hab' mein Auto gefunden Aber ich glaube, ich war falsch Die Schlüsse kommen nicht bei dir an Was? Okay, ich nehme's nur als neu Dass die Schlüsse nicht bei dir ankommen Nein! Achso Haha, Loop Hoppala So, ob ich dich jetzt rette? Hm Solltest du lieber tun Oh, ich bin gegen den Baum gefahren Ah, scheiße Ah, das dauert jetzt länger Hast du einen Teimer gestartet? Ähm, ja Okay Ah, da bist du ja Besser so Ich weiß genau, was passiert Na Ich wusste es Neun Aach Sieben Sechs Oh, ne Ich hab was verloren Drei Zwei Elf Ey Mach doch ne Spaß Ich hab dich wenigstens gerettet, ja Ey, du Arsch Du Du kleine Muschi, ey Wo bist du? Ich bin schon wieder tot Ich find dich nicht Ich find dich nicht Du drückst da nicht Escape Ich hab doch gar nicht Escape gedrückt Du hast Ah, ne Oh, warte mal Bei mir hat sich was aufgeploppt Deswegen Ah, Gott Das ist seine Aufnahme Das ist deine Aufnahme Jaa Aaaa Bei mir ist was aufgeploppt Warte Ah, év So J itself Eh Ja, bei mir ist was aufgeploppt Da hat sich das automatisch Minimiert Du hast den Bullen übrigens nicht umgebracht, ne Nee, wollte ich auch nicht Dass der dich umnietest, wenn du wieder lebst Haupt der ja nicht Stimmt, weil ich ihn umnieter Döp, 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 oh Das Police Auto Too easy Too easy Ja, ich hab dich nicht erwischt, ey So, ich würd sagen, wir sorgen mal dafür, dass wir ein bisschen mehr Geld verdienen, ne? Mit kleiner Spacken Wie meinst du das? Geld verdienen Geld verdienen, du meinst Mission oder meinst du was anderes? Ja, Mission Ja, kann man machen Nee, Cheaten meine ich Hast du mich grad Da warst du ja ganz schön schnell tot, Danny Da musst du mal besser auf dich aufpassen, ne? Ja, ja, ich hab immer noch Radio, obwohl ich nicht mehr im Auto bin, ne? Echt? Ja, geht nicht aus Einfach mal so eine Späne anmachen, dann passt das schon Ähm, ich suche mal eine Mission raus Ja, mach mal Und zwar Oh, ich kann immer nicht lenken, wenn du das machen Ja, ich hab die Ja, ich hab die aber dann fällt dir das eigentlich auf dass ich lauter bin kann sein dass du lauter bist so jetzt will ich mich nicht mehr lauter hast du spaß sie machst du was auch kaputt hat zum kopf bitte so danke meine freunde von der roten bande na ja na toll ich muss dich retten das Auto parkt direkt auf mir das Auto parkt auf mir das Auto steht auf mir da auf die Schnauze Danny hat er das Auto hier geparkt Danny oh Gott sei Dank ich habe nämlich nichts gesehen wo müssen wir jetzt eigentlich hin warte mal ach so jetzt los hier wird aber Zeit hier was liegt es vorbei wo fährst du entlang den richtigen Weg den richtigen Weg ja dann säg du Auto brennt gleich hahaha ja aber du fährst den richtigen Weg auf jeden Fall das ist ja finde ich scheiße am Rade außer das ja das sind die brauchst du zu lange willst du mich verarschen so los jetzt wir sind die Saints-Warspieler die innerhalb von zwei Minuten am meisten Autos brauchen ey du brauchst am meisten Autos ey wieso du kannst dich fahren nö dann triffst du mal das Auto hier dann fährst du mal den Autor da kannst du dir sehen Alter haha bist du uns wie geistesgestörter oder so hast du gesagt ich treffe immer nur das Auto ah Gott aber so war das sehr gemein Leute ich habe einen im Auto erschossen ja du hast den Reifen kaputt gemacht so sieht es aus hier habe ich den Reifen kaputt gemacht ja das tut mir gar nicht leid nein wer verfolgt uns denn da nice super und sieht immer wieder am krankenhaus oder wir kommen nicht mehr bis dahin wo wir hin wollen ernsthaft ey ey du fährst aber auch ja also ey wirklich danke wir mal hier ein Auto ich nehme den hier komm hier steig ein nein ich will ein ordentliches Auto steig ein Fotze fahr ich eben jetzt alleine ich will nicht das Auto so ne Mann los geht's haben wir jetzt was anderes genommen äh kann sein aber ist die so weit weg ja aber nicht so weit wie das davor bisschen weit nicht wahr ich habe die Abkürzung genommen du hast ein schnellere Auto naja siehst du deswegen darf ich auch Abkürzung nehmen bin da das ist die gleiche Mission ich weiß es nicht kann sein ach Thorsten ey du bist ja ein behinderter Spaston oh Geld ich weiß es nicht ich wusste nicht du bist ein Patron der Arten Viola wir haben nie wirklich die Chance zu sprechen was mit dir ein Science Experiment ich würde nicht den großen Look ich bin nicht hier um zu kämpfen wir müssen zusammenarbeiten zusammenarbeiten richtig Johnny ist Johnny ist because of you Johnny ist dead because he thought he could do everything on his own so what's in it for you I get to watch kill bane suffer kill you I'm always gentlemen what is that nothing good miss go definitiv nicht gut, der Große Mann Ist das wirklich ein Kanto, Mann? Nein wir haben anscheinend einen neuen feind so wie sie so wie das hier aussieht ja vier sterne also zum glück gar nicht viel das kriegen wir hin dachte ich habe hier schon voll voll los drauf geballert ja haha feindlo ja mit der waffe wirst du etwas ausrichten können richtig haha dachte ich mir auch gerade so das wird wohl nicht viel bringen würde ich sagen das schön wir müssen den checkfreund erreichen ne wir müssen überleben hier gibt es keinen checkfreund da ist einer einen tot oder klauen wir uns den auch mal kurz eine andere waffe warum kannst du mir die waffe nicht nehmen geht doch ich werde mir mal auch so eine so eine waffe nehmen nein jetzt habe ich mein sturmgewehr weggeschossen oh ja oh waffe ist zuhause wenn dann eine andere waffe schrotflinte brauche ich nicht jawoll jetzt geht es los hier nein ach ja mal keine r drücken zur waffe steht da die ganze zeit ganz groß und ich steck es nicht ja kann ich nicht die schrot dagegen wechseln doch kann ich ne kann ich nicht nein kannst du nicht du hast die Waffe aber noch in seinem Domitiv oh oh Gott die Spawner direkt bei mir so jetzt hier geht noch einer wieso hat die 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 plus 500 Schuss ich dachte die die ist unbegrenzt ja später wenn du so abgehört ach so ich glaube das überleben müssten wir schaffen du schaffst das bestimmt nicht dumme nehmen wir einfach Sniper alter ja mein Schluss ist ein Player so easy going alle weg gesniped hier die Stack Feinde ja das sind Sticks Feinde schmecken gut abkühlen abkühlen mein Magazin ist leer okay easy going Armee war für sie zu zivilisten als gerade rausgefunden sehr gut sehr gut ja wow 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 weg da mit deinem scheiß V-Tool weg ist er weg ist er nice sollen sie sich hinten anstehen ja nice Alec Alec oh Alec machst du okay alles klar großer ich bring jetzt hier runter Leute es funktioniert ja wirklich ich wie du bist da runter ich bin aus dem Sinn runter gespult ich dachte nicht dass das geht ich krieg den kaputt nach ach so